ich komme aus deutschland und habe den langen weg hierher nach israel gefunden zu der klinik worden ich bin sehr sehr zufrieden ich habe mir die nase korrigieren lassen und die brüste vergrößern lassen und ich hätte keine bessere entscheidung treffen können mein arzt ich muss sagen er hat meine erwartung 100 prozent übertroffene sogar übertroffene ich bin super happy einfach mit dem resultat und kommt alle zu klinik mono ich kann sie euch nur vom herzen empfehlen das hotel hier war wirklich 1a ich wurde super verpflegt und auch das team hier bei der dolmetscher der liebe nasen viele grüße an dich du hast dich wirklich super um mich gekümmert und ich war so froh dass ich hier jemand hatte der auch deutsch sprechen kann und ich bin wirklich sehr sehr zufrieden und würde eine glatte 10 von 10 geben kommt alle hierher